ich bleibe mal wieder zu meinem controller das wird nichts das wird nichts das ist das ist mir zu viel koordination so aber wir schaffen das natürlich schaffen wir das es wäre lachhaft wenn wir es nicht schaffen so sagt wir stehen hier verdammt da habe ich jetzt den controller dann wieder ausgeschalten weil ich so irritiert war so sprenglicht zack sprenglicht das war zu gut das war zu frühes licht wieder gewechselt einfach weil ich angst hatte dann nicht mehr auf dem brett zu fallen bzw das brett zu fahren und dann bin ich eben nicht so rot ich muss das rot immer einen moment länger machen nicht so kurz das irgendwie bin ich gerade hier an diesen stellen mit dem game controller nicht wirklich glücklich so mit tastatur geht das gerade alles irgendwie besser das finde ich finde ich sehr seltsam normalerweise ist es so dass halt game controller genau ach verdammt das halt game controller eigentlich genau das besser machen dass sie halt einfach wirklich das spielen von spielen von 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 jump runs eben vereinfachen deswegen wundert mich das hier gerade ein bisschen dass ich hier mit der mit der tastatur besser zurechtkommen als als mit dem gamepad nochmal zack so zack zack verdammt 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 das ist auch doof wenn dieses brett unterschiedlich schnell wird so rot-grün 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 ja grün und grün meine koordination ist super vielleicht sollte ich mal die dinge auf was anderes sehen und grün und grün und grün und grün und grün und grün und die so waren das umschalten dahinter so ziemlich irre kompliziert werden wenn man da quasi so in den rhythmus rein kommt mit dem man da eben durchkommt das ist echt fies wieso mache ich eigentlich das grün aus ich muss einfach nur mit dem grün da draufstehen und dann da durchfangen das ist ja das ist ja der clue das ist ja eigentlich total easy peasy eigentlich aber das war genau das wovor ich eigentlich gewarnt hatte dass das noch kommen wird diese umschalterei dreck wir müssen mit rot durch grün hüpfen und mit grün rot ausschalten das ist total ätzend das ist total ätzend noch mal dann verdammt 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 da hinten wäre sicher ein speicherpunkt gekommen ich weiß es genau naja wir werden es vielleicht schaffen also ich bin eigentlich zuversichtlich weil bisher mir alles irgendwie geschafft das ist halt es ist halt ein bisschen ätzend wenn man sich erst mal dann ist ein rhythmus gewöhnen muss sich halt durchbeißen muss und alles aber ich denke wir werden das schon schaffen na gut so vielleicht nicht so ich greife mal wieder zum controller ach das ist doch hoffnungslos vorher sollte man springen so spring zack zack naja gut ich versuche es jetzt einfach mit dem controller wieder ein bisschen einfach weil ich mich auch wieder dran gewöhnen will mit dem controller zu spielen gerade zur zeit kritische sachen aber das war jetzt eigentlich auf dem brett tut mir leid so rot spring rot spring rot naja das ist jetzt hier alles ein bisschen stupide muss halt so sein bedankt euch bitte bei den herstellern rein an und für sich ist ja total cool also ganz ehrlich ist schon cool das ist halt jetzt bloß gerade so eine phase die ein bisschen frustrierend ist weil sie halt einfach ich bin gerade am überlegen ob mir das weiterhelfen würde wenn ich quasi die controller ein bisschen umlegen würde so dass ich quasi zwischen in der tastenkombination zeigefinger ich glaube nicht dass ich gar nicht probieren also ich glaube das bringt mich wirklich weiter ich verstehe es nicht ich verstehe nicht dass diese roten balken wieder plötzlich auftauchen mich so dermaßen verwirren dass ich plötzlich überhaupt nicht mehr auf die reihe krieg ich meine das ist dieses psychologische spielchen muss man ganz klar sagen das sind alles psychos jetzt meine ich habe das licht aus das sind natürlich alles psychospiele die mein gehirn total durch den breit ziehen sollen so von wegen koordinatorik so von wegen nicht nur von wegen koordinatorik sondern kognition und alles also das ist schon es ist schon klar was da an und für sich passiert aber man hat es halt trotzdem nicht unter kontrolle das ist das ist echt hart das ist echt hart so zack zack du darfst dir da echt keinen fehler erlauben naja gut ein paar fehler darf man sich schon erlauben aber zu einem für sich es ist echt also es gibt schon eine gewisse toleranz kann man das nicht sagen ich weiß ich bin zu hart zu mir aber naja ehrgeiz halt und alles da möchte ich gar nicht viel zu sagen das war zu früh so zack 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 occurred zu tun zwei der gehabt nein ich hatte es nicht geschafft gehabt erschaffen bedeutet dass man alles schafft also wir werden schaffen natürlich früher oder später mir leid dass es so lange dauert aber es wird jetzt natürlich wieder 15 jahre dauern genau werde ich wieder so blödsinn machen wird so aber ich muss mich gerade mal ein bisschen entspannen so und weiter geht's habe ich das gerade laut gesagt tut mir allein mal wieder ein bisschen ruhiger werden konzentriert ruhig konzentriert so das wollte ich schon immer mit absicht machen und wieder ruhig und konzentriert also es gibt auch die stimmbänder muss echt mal wieder ruhig und konzentriert spielen ruhig und konzentriert ruhig und konzentriert ruhig konzentriert ruhig konzentriert sind jetzt wieder geschafft gehabt nein ich hab's nicht geschafft ruhig konzentriert einfach durch so ansatz Zack, 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 zack. Das ist echt knapp immer. Jetzt schaffe ich nicht mal das mehr. So, ich muss mich wieder in meinem Rhythmus finden. Ruhig, konzentriert. Ruhig.